Hallo, was machen Sachen? Ja, ich bin in letzter Zeit oft über das Thema gestolpert, Maskott-Horror zerstört echten Horror. Das scheint gerade so ein riesiges Thema sein, halt im englischsprachigen Raum bei Let's Playern. Und dachte ich mir, das Thema interessiert mich jetzt als Horror-Fan. Ich spiele Horrorspiele ganz gerne. Ich spiele auch Maskott-Horror ganz gerne. Ich kann ja auch drüber reden. Sag, wer soll mich auffallen? Das ist mein Kanal. Ich kann über Sachen reden, über die ich will. Wenn ihr mit mir reden möchtet, ihr könnt gern eure Meinung auch unten in die Kommentare kundtun oder bei mir auf den Discord joinen oder mich auf Instagram zu texten oder Twitter oder keine Ahnung. Ihr werdet mich ja irgendwo finden, wenn ihr mir irgendwas sagen wollt. Also bis jetzt hat das hier mal relativ gut geklappt, dass Leute mit mir dann sprechen, über das Thema, was ich meistens so von mir gebe. So. Für die hinterher Reihe, die nicht wissen, was Maskott-Horror ist, einfach mal eine kurze Erklärung. Ich glaube, der Begriff ist im Deutschen auch nicht so gang und gäbe. Ja und im Englischen besteht man unter diesem Maskott-Horror einfach generell ein Horrorspiel, deren Fokus halt primär auf einem Maskottchen liegt. Deswegen halt auch Maskott-Horror, also Maskottchen-Horror. Berühmteste Spiele darunter wären halt die Five Nights at Freddy's Games, Poppy's Playtime, Hello Neighbor oder jetzt seit neuestem Garden of Benben, der gefühlt die Diskussion überhaupt jetzt losgetreten hat in dem Ausmaße. Und ja, darüber wollen wir jetzt einfach mal grundsätzlich einfach mal sprechen, weil ich finde das Thema an für sich interessant. Gerade was die Entstehung und Entwicklung für Maskott-Horror in den letzten Jahren jetzt durchgemacht hat. Das Genre an sich ist jetzt nicht sonderlich alt, das ist ein neueres, weil das Thema an sich doch ein relativ neues ist. Es gab früher auch Spiele, die man darunter zählen könnte, aber es waren halt nicht so massiv viele, dass man sagt hat, ja, wir bräuchten jetzt da eine eigene Abgrenzung, ein eigenes Genre, dass man dann halt einfach das in eine Schublade packen können und ein bisschen besser sortieren können. Das war vorher nicht der Fall. Was vorher so ein bisschen mehr der Fall war, was man halt vorher hatte, waren eher diese Creepypasta-Geschichten, sei es jetzt ein Slenderman oder Grandmas House oder solche Geschichten, die halt, ja, mehr so Creepypasta-Games betitelt werden können, wo man meistens immer die Aufgabe hat, man ist irgendwo gefangen und man muss irgendwas sammeln, um enden zu entkommen. Das ist so die grobe Prämisse. Das gleiche Spiel kann man jetzt halt mit dem Maskott-Horror machen. Man ist irgendwo in einem Gebäude, Firma, sonst was und man wird meistens von den dort lebenden Figuren, Plüschtieren, Animatronics, sonstigen anderen Wesen verfolgt, gejagt und man soll meistens noch ein kleines bis großes Rätsel lösen, das gut bis weniger gut versteckt ist. Ja, ich folge Meister auf Erklärung. Ja, wie gesagt, der große Vorreiter in dem Genre an sich ist jetzt Five Nights at Freddy's, oder das würde ich jetzt so als den Durchbruch, den Ursprung betiteln, einfach weil es halt die Prämisse wirklich komplett nimmt. Also ich habe hier meine Animatronics, das ist der Fokus in meinem Spiel und drumherum passiert ein bisschen was Gruseliges. Und ja, als Prinzip das, was es Maskott-Horror an sich erstmal ausmacht und auch dadurch, dass die Serie jetzt so verdammt lang ist, kann man an ihr auch den Verlauf sehen. Oder ich finde, man kann den Verlauf ganz gut sehen, wie sich das alles entwickelt hat von, ja, wir machen hier doch noch Horrorspiele, die mehr als Horrorspiele angesehen werden können, weil es wird schon auf einer gruseligen Atmosphäre aufgebaut, das ist irgendwas, was sich jagt und tötet. Es gibt eine sehr krude Hintergrundgeschichte für die Leute, die da willens sind, sich dahinter zu klemmen und zu gucken, was da eigentlich jetzt mit den Animatronics, den Kindern und etc. passiert ist. Man kann da stundenlange Videos drüber drehen, was jetzt was wie wo bedeutet und irgendwas das, ja, alles zu interpretieren sein könnte. Und umso weiter die Spiele gehen, so die ersten vier Teile sind tatsächlich, finde ich, persönlich noch so aufgebaut, ja. Es wurde versucht, ein Horrorspiel zu machen, in dem man sich halt tatsächlich gruselt und erschreckt. Das meiste basiert tatsächlich auf Jumpscares. Ich meine, das macht die Prämisse des Spiels aus. Du sitzt da in deinem Raum fest und irgendwer jagt dich, aber du kommst da nicht weg. Es erschreckt dich dann halt und du bist dann tot. Kann man irgendwo noch nachvollziehen. Das mit den Jumpscares wird halt bei vielen, vielen dieser Spiele halt doch extrem ausgenutzt, dass man weniger auf Atmosphäre geht, sondern immer mehr und mehr auf Jumpscares setzt, dass sich einfach Leute erschrecken und das war dann der Horror. Das war dann alles, was so an Horrorelementen vorhanden sind. Da ist ein Monster, der tröste dich und dann schreit dich an, wenn es dich kriegt und du bist tot. Ich sag, bei den ersten Teilen kann man es ja noch verstehen, weil die Spiele an sich waren minimalistisch. Du sitzt da im Kämmerchen und wirst erschreckt. Nein, das ist das Sinn des Spiels. Mehr erwartet man nicht. Wenn man dann aber die Möglichkeit hat, sich frei in einem Raum zu bewegen, möchte man doch schon ein bisschen mehr haben. Wie? Passt auch, wo du hingehst. Es springt dich was an vielleicht. So ein bisschen Atmosphäre wäre nice. Outlast, finde ich, hat das richtig gut hingemacht. Das ist jetzt halt auch kein Maskathorror, sondern Horror, in Anführungszeichen, wo dann halt wirklich eine sehr, sehr düstere und sehr, sehr stressige Stimmung gemacht wird. Man ist alleine in der Ehrenanstalt. Hat keinerlei Waffen. Kann sich nicht wehren. Man hat nur seinen Campcorder. Man könnte den höchsten schmeißen, aber das wird auch kein Schwein jucken. Und man wird auch erschreckt, aber die Stimmung alleine rückt für Stress. Also ich bin deutlich mehr gestresst in Outlast, weil es könnte sein, dass da im nächsten Ecke irgendeiner steht und der mir ans Leder will und mir dann hinterher rennt mit sonstigen Waffen oder sonst irgendwas. Also man ist sehr stark, sehr viel und immer irgendwie gestresst durch allein Atmosphäre. Auchwohl Prämisse da ist, da ist was da drin, die hinterher und will dich töten. Atmosphäre macht es für mich da in dem Vergleich jetzt aus. Sollen wir nur, dass man so ein bisschen einen Vergleich hat, wo man steht. Wenn ich jetzt an andere Spiele denke, wo man halt durch die Gegend läuft, nehmen wir jetzt mal einen neueren Titel, wo es halt komplett atmosphärisch komisch ist. Jetzt Bendy and Ink Machine vom Stil her finde ich schon nice. Eine coole Idee, so ein Cartoon-Studio und alles in den Sepia-Farben. Ich muss auch hart an Bioshock denken von der ganzen Aufmachung. Ich weiß nicht, ob es mir nur so ging. Gerade bei dem zweiten Titel, ich komme jetzt auf den Namen nicht wieder genau heiß, aber es gibt mehrere Titel. Also nicht die Ursprungsgeschichte in mehreren Chapters, es gibt irgendwie nur ein zweites Spiel. Da muss ich hart an Bioshock denken vom ganzen Aufbau und so, aber auch da fehlt mir die Atmosphäre. Es ist halt so, ja, auch wieder dieses Collect-Ding. Was Bioshock auch hast, ich will hier fair sein, weil ich finde halt, ich krieg das aus meinem Kopf nicht raus, dass Bendy and Ink Machine einfach nur ein Cartoon-Bioshock sein soll. Mit weniger Waffen, sondern du kannst nur schlagen, du hast nur den Knüppel da, dieses Rotzange, war das Rotzange in Bendy and Ink Machine? Ich denke, das Ding ist Rotzange, ich kenne mich nicht aus mit Werkzeug. Das ist auf jeden Fall kein Hammer. So, ey, bin ich als Idiot geoutet, ich habe keine Ahnung, wie die Werkzeuge heißen. Egal, du hast so ein Ding und ein Hauseimer. Du kannst nicht blocken, du kannst nixmal, du kannst einfach nur schlagen. Na gut, fair point, ich werde in Spielen eh nie wirklich blocken, aber ich hätte die Option schon gerne gehabt, dass man halt irgendwie anders spielen könnte. Also man hätte mehr Auswahl. In Bioshock hast du so viele Waffen und Prasmidung, du kriegst halt in dem Bendy-Ding halt nur Knüppel und Haust. Super. Kann man aber, finde ich, alles noch verzeihen, wenn man überlegt. Es ist halt einfach auch ein Spiel, das halt ein kleines Studio macht, die nicht so viele Ressourcen haben. Da kann man über solche Kleinigkeiten, glaube ich, einfach hinwegsehen, denke ich. Man kann da mal ein Auge zukneifen und muss das nicht alles so ernst sehen. Gerade viele neueren Titel in dem Bereich sieht man krass, dass das halt tatsächlich Erstwerke sind, weil einfach Optimierung nicht so gut ist. Ich finde das eigentlich immer ganz nett und schön, dass sich halt einfach auch Leute immer mehr für Game Devs interessieren und dass es halt auch immer mehr Anklang findet. Nicht nur, dass man dann mit seinen Freunden irgendwo ein Kämmerchen sitzt und dann halt eine Rund-Mail schickt an die zehn Freunde, die man noch so hat. Guck mal, wir haben ein Spiel gemacht, willst du nicht mehr spielen, sondern dass das durch das Internet auch tatsächlich viral gehen kann. Auch wenn einer sagt, ja, nee, finde ich jetzt irgendwie doof, dass das viral geht. Gerade jetzt durch das Garden of Batman, wo sich gesagt hat, weil, wieso kann sowas viral gehen? Das Spiel ist hässlich, das Spiel ist langweilig, das ist doof, das ist ein absoluter Catch-Crap. Ich kann es wohl nachvollziehen, aber ich finde, wie gesagt, ja, auch irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann nachvollziehen, dass man sagt, ja, wieso ist sowas denn halt so populär? Ist das Internet? Internet macht werde Dinge. Ja, aber ich finde es auch wieder schön. Jetzt den ganzen Mindfuck, abgesehen, was hinter dem Spiel, ich rede jetzt nur über dieses Spiel, nicht was die zwei Dudes dann noch so getan haben im Hintergrund. Also darum geht es mir nicht. Ich werde jetzt nicht um die Dramas der Entwickler, weder bei Poppy Playtime noch Garth of Batman oder wer jetzt wen irgendwo angekackt hat oder so. Ich rede jetzt allein von den Spielen. Ich finde es halt, wie gesagt, einerseits auch ein bisschen schade, dass solche Spiele dann halt auch so krass runtergemacht haben, weil jemand sich hingesetzt hat aus hobbymäßigen Gründen und sagt, ja, komm, ich mache mal ein Spiel und hofft natürlich, sagen wir mal, wer hofft nicht, dass er mit dem, was er tut, auch ein bisschen Geld kriegt. Klar, man kann über das Ziel hinausschießen, wenn man sagt, okay, ich mache die Demo und haue da erstmal einen Merch-Shop rein mit kruden Zeugs und einfach komisch Figürchen und so. Also, ja, da kann man ein bisschen meckern oder so, dass das halt der Move an sich doof war. Aber allein, wenn ich in solchen Geschichten zu sagen, ja, es hat das gar nicht verdient, dass man das überhaupt spielt, finde ich dann halt auch schon ein bisschen schade. Ähnlich sagt man ein paar Poppy Playtime. Ja, klar, die haben Marketing-Technik echt ins Klo gegriffen, was die gemacht haben. Aber allein, dass ich da einfach eine Gruppe hinsetze und sagt, ja, lol, wir machen jetzt einfach mal ein Spiel. Ja, das sollte man eigentlich, finde ich, nicht so krass niederreden. Man kann, ja, wie gesagt, man kann Kritik ausüben, da sagt man, okay, vielleicht solltet ihr keine NFTs verkaufen oder den euren Merch-Shop direkt bei Release so krass promoten. Und solche Geschichten, das kann man kritisieren, verstehe ich vollkommen. Aber so Steps runter machen, weil sie Spiele raushauen. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich kann auch irgendwo verstehen, dass man sagt, ja, lol, warum ist gerade sowas gerade in den Trends? Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, aber es ist halt, das Internet tut Dinge, was das Internet halt tut. Genug Leute haben draufgeklickt und haben gesagt, ja, das finde ich ja irgendwo doch schon spannend, dass das Internet gedacht hat, ja, Leute finden das spannend, ich schlage das mehr Leuten vor. Weil es mehr Leute sehen, machen es mehr Leute nach. Ja, that's the way. Was auch viele einen Kritikpunkt haben, das ich auch persönlich sehr wirkt finde, ist, wie sich das Ganze im Verlauf entwickelt hat. Wie gesagt, bei Five Nights at Freddy's sieht man schön, es hat als tatsächlich eigenes Horrorspiel begonnen, da sollte, ja, Standard gruselig sein und sollte Sachen passieren. Und es wird halt immer mehr auf eine deutlich jüngere Zielgruppe gegangen. Gerade jetzt bei den letzten genannten Titeln, Guard of Bamban und Poppy Playtime und Bending in Ingemaschinen auch, kann man doch deutlich sehen. Da wurde an eine deutlich jüngere Zielgruppe gedacht, wie, ja, wie man es eigentlich für Horroortitel tut. Ich glaube, das ist auch mehr so aus so einem Hoppala passiert. Das ist, wie gesagt, anfangs waren ja Titel tatsächlich als Horror gedacht und sollte noch tatsächlich gruselig sein. Und dann hat das Internet Dinge getan, die es so tut. Irgendwelche andere Leute haben die IP genommen und haben gerade jetzt, was Five Nights at Freddy's angeht, ist es halt krass aufgefallen, dass sie halt die Figürchen genommen haben, diese Animatonics, die verniedlicht haben und haben Animationen dazu gemacht. Sehr viele, gerade Kinder, auch bei mir im verkannten Kreis, sind auch Kinder dabei, die finden diese Figuren echt super, haben keinen Plan oder so gut wie keinen Plan, warum die Spiele jetzt drehen, was da passiert, dass das Horrorspiele sind, sondern die finden die Figuren einfach geil, weil, keine Ahnung, so bunte Blühstirn, was kann da schon... Die sind dann ein bisschen edgy, das ist dann so, die auch das Alter, wo man sagt, ja, ich bin edgy, kann ja nicht jeder mit neun oder zehn mit seinem Vater an einem Computer dumm spielen. Ich habe da nichts zu sagen. Ja, die holen sich dann halt, ja, ich bin edgy, ich mal Korra spiele und das Simpelste, was man da so nicht holen kann, was halt auch noch gruselig ist, aber nicht so schlimm gruselig und auch schon mal gar nicht so schlimm gruselig, wenn es jemand anders für einen spielt, nimmt man halt solche seichten Spiele, was an für sich auch nicht das Problem ist, wenn man sagt, okay, ich habe mehrere Abstufungen von meinem Horror, ich habe Horrortitel, die tun sich deutlich an Erwachsene richten und ich habe Horror, der sich deutlich an Jüngere, also ich rede jetzt nicht von Kindern, sondern Jüngere, wie im Sinne von Jugendliche, 16, etc., 15, 16, sowas in dem Raum, dass man da schon Interesse hat, ja, man möchte sich ein bisschen gruseln, aber man möchte nicht gleich einen Herzinfarkt haben und sehen, wie jemand geköpft wird, kann man schon verstehen, dass man sagt, okay, mir macht verschiedene Abstufungen, bedenklich wird es dann erst, wenn es wirklich an Kinder geht, aber die wenigsten Spiele an sich machen das, also bis auf Roblox, was halt nochmal ein ganz anderes wird, das Thema ist, so ein eigener Sumpf für sich, bleiben die meisten, auch gerade Maskat-Horror, wirklich so Zielgruppe, mehr Jugendliche und dann gibt es halt Wirdos, wie es halt immer Wirdos gibt, die dann meinen, ja komm, die aus der 2B, die müssen wir uns auch holen, so, keine Ahnung, Kiddies mit 6, 7, 8, 9, die müssen wir auch noch ins Boot holen, wir machen jetzt, wir nehmen hier uns irgendwas, ach komm, hier so bunter Blüsch-Teddy aus Horrorspielen, ach egal, komm, Kids lieben das, dann machen wir jetzt Content zu, wir machen Animationen, wir machen, keine Ahnung, Gacha-Live-Videos oder was weiß ich und holen uns die anderen ins Boot, aber da haben die Spiele an sich jetzt weniger was davon oder dafür, wenn halt Wirdos aus dem Internet wir shit tun und, ja gesagt, das Spiel an sich kann dafür jetzt eher weniger, wenn Creeps Creeps sind, ja, das muss man, das muss man halt dann doch schon, finde ich, das sollte man trennen zwischen, ja, das hat jetzt der, der Developer, die Spielefirma dahinter sich so gedacht, dass wir jetzt die Kids holen, klar gibt's bestimmt so den einen oder anderen Faller, der sich gedacht hat, ach komm, holen sie uns, wenn sie jung sind, wir drehen unseren Scheiß halt auch den, den, den Kiddies aus der 2 an, äh, ich weiß nicht, was, wie der 2 hat, keine Ahnung, hier sind wir in den Kopf gekommen, weil sie sind ja jung, Grundschule, ja, wie gesagt, Grundschule, andere spielen Doom am Heimcomputer mit dem Vater, und andere gucken Five Nights at Freddy's Animationen in Minecraft oder so, keine Ahnung, ja, so viel, ähm, ich hab den Faden verloren, aber ich denke, bis jetzt hab ich einfach, einfach mal meinen Gedanken freien Lauf gelassen, äh, falls ihr bis hierhin zugehört habt, danke für das Zuhören, was haltet ihr davon, wie ist eure Meinung, seid ihr da ähnlicher Meinung wie ich, dass das sich halt, ähm, einfach so entwickelt hab, dass es jetzt halt, ja, Internet werden shit tut, ich mein, wir hatten vorher zu, zu meinen Zeiten, wo ich noch jung war, gab's Pukito, die meinten, die müssten schon ein Anime für Kinder dann fertig machen, ne, man kann ja Blut zensieren und was nicht schön ist, wird rausgeschnitten, das Prinzip gibt's schon seit eh und je in allen möglichen Medien, wir machen Zeugs, was eigentlich nicht für Kinder gedacht hat, dann doch irgendwie für Kinder, meistens sind's Drittanbieter, die drinnen rumwurscheln und irgendein random Typ, der denkt, ja, ist eigentlich voll die gute Idee, ich kann ja dann doch da mal ein bisschen mitmischen, warum auch eigentlich nicht und übertreibt das dann und, ähm, ja, und dann regt sich alle auf. Zurecht, meist kann man sagen, es ist schon ein bisschen weiter hinter, aber oft wird dann halt auch übertrieben, ja, ich hab, ich glaub, ich drehe mich grad im Kreis, egal, äh, mir hört eh keiner mehr zu, kann ich mich im Kreis drehen. Es gibt rechtfertige Kritik bei vielen anderen Sachen, na, vielleicht gehe ich mal auf den einen oder anderen Developer drauf ein, jetzt gesagt, äh, Poppy Playtime hab ich ein bisschen angeteasert und Garth of Bandman sind so die, die neueren Titel, wo halt im Hintergrund einiges, einiges passiert ist, einige Kacken dampfen ist, ja, mal gucken, weil ich mach da mal eigene Videos draus, wenn es jemand interessiert. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören, dann, ähm, wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns im nächsten Video, bis denn dann, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018